Ich habe mich hier vom ersten Tag an wohlgefühlt. Es hat alles perfekt gepasst und ich glaube, da war es jetzt der richtige Schritt, einen so langen Vertrag zu unterschreiben, weil ich glaube, dass man hier noch zusammenwachsen kann. Welche Rolle spielt denn deine sportliche Situation? Es war ja nicht unbedingt so abzusehen, dass du direkt vom Fleck weg zum Stammspieler wirst, aber so ist es dann ja gekommen. Ja, ich glaube, dass ich hier ein sehr großes Potenzial habe, mich weiterzuentwickeln, dass die Möglichkeiten hier ziemlich gut sind. Mit dem Trainerteam es passt, das Umfeld passt und von der Mannschaft her passt es perfekt. Deswegen denke ich, dass die Rahmenbedingungen optimal sind und deswegen habe ich mich zu dem Schritt entschieden, auch so lange zu unterschreiben.